Neben mir seht ihr die Twinskin Modelle in unserer Fitnesskategorie. Was bedeutet Twinskin? Das sind zwei separate Fellstreifen, die in einer abgesetzten Position in den Belag integriert sind. Das heißt, ich habe ein sehr gutes Gleitgefühl und durch diese speziellen Fälle, die wir verwenden, habe ich natürlich sehr gute Steigeigenschaften, insbesondere bei harten und eisigen Bedingungen. Auch wichtig, und das trifft für alle unsere Modelle in dieser Kategorie zu, ist die Efficient-Forward-Technologie. Efficient-Forward bedeutet, ich habe einen sehr angenehmen Skiflex, eine sehr weiche Schaufel, sehr weiches Skiende und über diese Technologie ermöglichen wir dem Skilangläufer sehr, sehr einfach den Kipp und den Abstoß zu finden. Wenn wir jetzt ein bisschen näher auf die einzelnen Modelle eingehen, dann ist unser Basismodell der Twinskin Sport. Das ist in dem Fall auch unser breitester Ski. Das heißt, für den Einsteiger bietet der Ski sehr, sehr gute Stabilität an. Der Twinskin Power ist dann schon etwas leichter und auch etwas schmäler geschnitten. Das heißt, wenn ich da schon ein bisschen fortgeschritten bin, dann kriege ich bei dem Ski oder mit dem Ski eigentlich schon die besseren Gleiteigenschaften. Und unser erstes Skimodell, wo wir den Aircore Kern drinnen haben, der uns den Ski wieder sehr, sehr leicht macht, ist der Twinskin Superlight. Auch wieder schmäler geschnitten, aber wieder ein bisschen sportlicher, wieder ein bisschen bessere Gleiteigenschaften. Und wenn ich in dieser Kategorie wirklich das Topmodell haben will, dann kann ich auf den Twinskin Supreme greifen. Da habe ich dann 100% Aircore drinnen. Sprich, der ist dann wirklich extrem leicht. Es geht schon fast Richtung Rennlauf-Ski-Modelle. Und ein zusätzlicher Unterschied ist, dass ich bei diesem Ski 100% Moher-Fälle drinnen habe. Das heißt, auch hier habe ich enorme bessere Gleiteigenschaften, wenn ich schon sehr, sehr sportlich laufen will. Also für jeden, der sich für ein Ski in dieser Kategorie interessiert, ist da auf alle Fälle das passende Modell dabei.